Hallo, hier ist wieder eure Anna von Masterhorse und ich habe euch heute unsere pelletierte Teufelskralle mitgebracht. Die Pellets bestehen aus eben der Teufelskrallenwurzel, die zur Stabilisierung der Gelenke, aber tatsächlich auch um die Verdauung anzuregen, interessant ist. Wir beschäftigen uns heute mit den Gelenken. Die Teufelskralle kommt hauptsächlich zur Stärkung der Gelenke, vor allem im Bereich der Hufrolle und der Sprunggelenke zum Einsatz, aber auch im Bereich der Sehnen zur Verbesserung der Beweglichkeit. Übrigens, die Wirksamkeit der Teufelskralle ist tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen. Das heißt, wer seine Pferde mit den Pellets unterstützt, kann auch sicher sein, dass es tatsächlich wirkt und eurem Pferdengelenk und Sehnentechnisch wirklich geholfen wird. 2 1 2 1 2 3 9 Bis zum nächsten Mal.